Und jetzt haben wir noch ein beeindruckendes Himmelsspektakel für Sie über Berlin. Da ist nämlich in der letzten Nacht ein Asteroid verglüht. Laut NASA schlug der Asteroid gegen 0.32 Uhr in der Nähe von Nennhausen im Westen der Hauptstadt in Brandenburg ein. Der Himmelskörper soll einen Durchmesser von rund einem Meter gehabt haben. Über Schäden ist aktuell nichts bekannt. Der Großteil des Gesteins dürfte in der Atmosphäre verglüht sein. Kleinere Teile sind allerdings möglicherweise auf der Erde eingeschlagen. Auch in großer Entfernung war dieser Weltraum Brocken noch zu sehen. So etwa auch in Leipzig und in der tschechischen Hauptstadt Prag.